Willkommen Fußballfreunde zum emotionalen Fußballtalk heute. Ich glaube wahrscheinlich der emotionalste Fußballtalk, den es jemals gab. Also wir waren wirklich heute beide permanent in Kontakt. Ich glaube, Schimmi, ich kann es auch ehrlich sagen, du warst auch komplett mitgenommen. Ich war mitgenommen. Ich glaube, jeder, der das heute gesehen hat, war mitgenommen. Und mir fehlten wirklich zwischenzeitlich die Worte. Ich kann nur eine Sache, die ich loswerden will nochmal hier in diesem Talk ist, dass für mich jetzt egal, wie das Ergebnis heute sportlich war, dass das scheißegal ist und dass ich wirklich stolz bin auf jeden einzelnen dänischen Spieler. Für mich sind die alle heute Helden. Angeführt von Kehr, toller Kapitän, sich direkt gekümmert, sich um alles gesorgt. Also wirklich, ich muss die Jungs heute von Dänemark loben, wie sie sich einfach vorbildlich verhalten haben. Ich meine, das ist so eine Situation, die passiert denen nicht. Die passiert dir einmal im Leben passiert dir. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Und passbar damit umgegangen. Also wirklich, heute war wirklich ein emotionaler Fußballabend. Fußball hat ja so die Macht in einem, wirklich die heftigsten Gefühle auszulösen. Aber diese Gefühle, die ich heute empfunden habe, die habe ich noch nie bei einem Fußballspiel gehabt. Auch wirklich die armen dänischen Spieler, die müssen wirklich emotional traumatisiert sein, dass sie dann auch weitergemacht haben. Wirklich alle Achtung. Ich weiß nicht, ist es die Professionalität? Was glaubst du? Oder ist es so, okay, angeblich hat ja Eriksen dann gesagt, die sollen weitermachen. Glaubst du, das liegt auch daran, so der Kampfgeist? Ja, also ich weiß nicht, beim ZDF wurde gesagt, dass es wohl diesen FaceTime-Call gab. Und da fand ich die schöne Nachricht dran, dass Eriksen wohl in der Lage war, diesen FaceTime-Call zu führen, wenn das stimmt, was im ZDF gesagt wurde. Und das ist erstmal die super Nachricht daran. Und wenn die Spieler sich dann komplett eigenständig entscheiden, ja, wir machen das, dann finde ich das auch in Ordnung. Mein erster Instinkt, das sage ich dir auch ganz ehrlich, war, oh mein Gott, wie kann die UEFA das zulassen? War mein erster Instinkt. Wo ich noch nicht die Hintergründe kannte. Da dachte ich so, ah, da hat bestimmt irgendjemand Druck ausgeübt. War mein Vorurteil, gebe ich ehrlich zu. Ich dachte im ersten Moment, da hat irgendjemand Druck ausgeübt, dass das Spiel doch noch stattfinden muss. Wir alle erinnern uns auch, was damals war beim BVB, wo auch so ein bisschen Druck ausgeübt wurde, so dass sie da weiterspielen sollen. Im beiderseitigen Einverständnis, Zwinker, Zwinker, so dachte man. Ich dachte, man, als ich diesen Twitter-Post gelesen habe, sage ich dir ehrlich, in dem Moment dachte ich, oh, wo sie gesagt haben, ja, die Spieler selber haben das gesagt, dachte ich, oh, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass das stimmt. Und nicht, dass da irgendwer zu den Jungs gegangen ist und gesagt hat, ey, ihr müsst ja weiterspielen. Also, ich glaube das jetzt einfach mal, ganz naiv, glauben wir mal, dass das alles wirklich von den Spielern gewollt war. Dann finde ich es auch selbstbestimmt in Ordnung, dass sie es tun, auch wenn sie natürlich traumatisiert sind. Und man kann natürlich in Frage stellen, können sie überhaupt dann so eine Entscheidung treffen. Wie dem auch sei, ich würde sagen, sportlich gesehen, waren sie danach ausgewechselt, was absolut normal ist. Da mache ich niemandem Vorwurf. Ich habe schon gesagt, für mich sind alle Helden heute. Und dementsprechend ist mir dann auch scheißegal, ob dann jemand bei dem Gegenteuer nicht gut aufpasst oder ob der Elfmeter von Heubeck verschossen wurde. Wer will dem Jungen dann einen Vorwurf machen? Der hat so ein traumatisches Ereignis gehabt und dann muss er noch Elfmeter schießen. Also, ich meine, das hätte mich fast gewundert, wenn der getroffen hätte, soll ich dir ehrlich sagen. Ja, bei einem Elfmeter geht es sowieso um das Nervenbündel da. Hält man das aus oder nicht, da hast du eh schon genug Druck. Em hier, erstes Spiel und dann auch noch nach so einer traumatischen Erfahrung, ist ja komplett klar. Also, ich weiß es nicht. Du spielst ja auch, wie ich gerne, in der Halle und so. Da weißt du doch, du bist an den Tagen viel besser, an denen du so mit mehr Biss spielst. Aber du kannst halt auch nicht mehr mit so viel Biss spielen, nachdem dir sowas passiert. Ich kann denen keinen Vorwurf machen. Ich persönlich muss dir da zustimmen. Das Ergebnis heute ist wirklich zweitrangig. Absolut, absolut. Also, ja, ich fand es dann auch ganz schön, dass Bolian Palo hat ja nicht gejubelt. Ich glaube, er wollte erst kurz jubeln, hat er sich überlegt, nee, mach ich doch nicht. Also, die Finan haben dann sehr dezent gejubelt. Das fand ich schön, also wie Spieler. Und ich weiß nicht, ob du auch gesehen hast, es gab ja vorher noch, als die Zuschauer im Stadion geblieben sind, gab es ja diese Wechselgesänge. Dann die finnischen Fans haben Christian gesungen und die dänischen Eriksen. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr schöne Geste. Ich mag das immer, wenn so die Fans von verschiedenen Mannschaften dann doch zusammenstehen. Man sagt ja, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Generell, so wird man wahrscheinlich an die EM 2021, auch wenn die irgendwie aus Marketinggründen ja immer noch EM 2021 heißt. Ich sage jetzt mal 2021. Man wird daran zurückdenken und man wird diese Szene im Kopf haben. Ich glaube, wir alle werden diese Bilder im Kopf haben, wo die Spieler sich schützen vor Eriksen stellen. Das ist so, ich glaube, die werden auf irgendeine Art und Weise die, ich nenne es mal die Sieger der Herzen dieser EM sein. Die Dänen und man wird, egal wer da jetzt gewinnt, egal wie das jetzt ausgeht, ob sie weiterkommen, ob sie nicht weiterkommen. Ich hoffe übrigens sehr für Dänenmark, dass sie noch weiterkommen. Absolut. Ja, so ein Bild, das vergisst man wirklich nicht. Und die haben auch wirklich Teamgeist, sowohl in so einer Notsituation bewiesen, als auch danach, als sie sich so getummelt haben und, weißt du, so einen Kreis gebildet haben, bevor die zweite Halbzeit losging. Oder war es, bevor es überhaupt losgegangen ist, weißt du noch? Als dann auch sogar die Berater, das medizinische Personal, als sie sich nochmal so pushen wollten und nochmal so den letzten Funken Motivation nochmal aufbringen wollten. Das fand ich eine sehr starke Geste. Ich meine, so Spieler, die können ja auch ein großes Statement setzen, ob sie weitermachen oder nicht. Ich meine, es gab ja auch diesen Vorfall bei der letzten Champions League, als so ein rassistisches Wort gefallen ist. Und haben die Spieler sich ja entschieden, abzubrechen. Also man kann auch Statements mit seinem Spielverhalten setzen. Das finde ich auch schön, dass es Spieler machen. Ja, definitiv, definitiv. Ja, also wie gesagt, das war heute ein sehr emotionaler Fußballabend. Dann auch Lukaku. Ich bin irgendwie auch geschafft, muss ich dir sagen, Bro. Irgendwie so voll müde. Das hätte man fast selber gespielt. Also irgendwie so, ich weiß nicht. Ich saß vor dem TV und kitzelt es so, meine Hände waren die ganze Zeit so auf meiner Stirn und so vor dem Mund. So wirklich so, ich war, bin so aufgestanden und war einfach so, oh Gott, was passiert da? Es war einfach nur, oh Gott. Ja. Puh. Ja, also auch noch mal eine schöne Geste von Lukaku. Er ist ja Teamkamerad von Eriksen von Inter Mailand und hat die Kamera gesagt, Chris, I love you. Ich liebe dich. So fand ich auch schön, dass jetzt alle da zusammenstehen. Und ich bin mir sicher, da werden wir noch einige Aktionen auch sehen in den nächsten Tagen. Und ich habe so eine Diskussion gelesen, dass viele gesagt haben, ja, die Spieler, wir müssen gucken, dass wir die Allgemeinen mal mehr schützen. Nur weil es Sportler sind, nur weil sie Millionen verdienen, müssen wir trotzdem auf die Gesundheit auch achten. Jetzt mal ganz abgesehen auch von dem Vorfall, was wir immer wieder diskutiert, ob die Spieler zu viele Spiele haben mit Champions League, mit Pokalen. In England gibt es zwei Pokale zum Beispiel und so. Also auch da muss man natürlich auch immer, immer aufpassen, immer mal gucken. Jetzt ganz abgesehen von dem Vorfall. Wir wissen ja nicht, ob es damit irgendwas zu tun hatte. Aber ich meine, allgemein muss man, ist die Gesundheit der Spieler ein hohes Gut. Und da muss ich an der Stelle auch noch mit den Schiri loben, der auch sehr schnell direkt reagiert hat, Spiel direkt unterbrochen hat, medizinisches Personal angefordert hat. Ja, das ist, es gibt ja eine wichtige Regel, zum Beispiel bei Kopfverletzungen, dass man da auch direkt unterbricht und direkt die Medizin erruft. Finde ich absolut wichtig und richtig, dass das gibt und man im Fußball mittlerweile auch so weit ist. Früher war das nicht immer so, da so Verletzungen gefühlt hat man erst mal ewig weitergespielt. So heutzutage hat sich das Gott sei Dank so geändert. Bei Kopfverletzungen wird direkt unterbrochen oder soll zumindest laut Regelwerk. Und das finde ich wirklich schön, dass man sich auch da weiterentwickelt und die Gesundheit der Spieler ernst nimmt. Weil ja, oft hat man früher so die Meinung, oft sind alles junge Kerle, da kann ja kaum was passieren. Da kann trotzdem viel passieren. Bei Kopf, wenn Kopf aneinander stoßen, so zum Beispiel und so, haben wir schon alles, alles gesehen. Und ja, natürlich, natürlich, das ist auch ein gefährliches Game, wenn man sich überlegt, auch viel auf Leistung getrimmt, körperliche Höchstleistungen. Also wirklich, und da sind auch solche Kopfverletzungen, da kann sogar jede Sekunde entscheiden. Also je schneller du dann sowas unterbrichst, also lieber dann zu viele Unterbrechungen anstatt, dass etwas ganz Schlimmes geschieht. Hat man ja auch heute gesehen bei solchen Vorwarnungen, also dass man da sehr, sehr aufpassen muss. Ja, definitiv. Und ja, da muss ich heute wirklich sagen, also sind wir, glaube ich, beide ziemlich mitgenommen. Deswegen heute ein sehr ernster Talk geworden. Aber ich denke, das versteht ihr natürlich auch, sonst sind wir immer hier irgendwelche flapsigen Sprüche, das sollte heute nicht sein. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ich glaube, wir beide drücken Christian Eriksen extrem die Daumen, dass er sich schnell und vollständig regeneriert. Ja, auf jeden Fall seine Freunde, Familie und auch die Mitspieler, auch emotional. Also wie es dann das nächste Mal auf dem Platz und so ist, wird auch alles eine Aufgabe für sie, was das Ganze auch erschwert. Also da haben sie auch eine weitere Aufgabe zu den Psychischen natürlich, die jetzt da kommen, ganz klar. Und ja, da hoffen wir mal das Beste für die Dänen. Also nach sowas hätten sie es verdient, sich da schnell aufzurappeln. Absolut, absolut, Leute. Gut, dann war es das für heute mit dem Talk. Wir sehen uns morgen wieder oder hören uns morgen wieder und bis dann. Ciao, ciao. Ciao.